Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute wieder Sätze, hoy algunas Frases. Die Briefe liegen auf dem Tisch. Die Briefe liegen auf dem Tisch. Las cartas están sobre la mesa. Auf dem Tisch liegt ein Buch für dich. En la mesa hay un libro para ti. En la mesa hay un libro para ti. Wir fahren mit dem Auto, oder? Wir fahren mit dem Auto, oder? ¿Vamos en coche, no? ¿Vamos en coche, no? Meine Freunde sind am Strand. Mis amigos están en la playa. Mis amigos están en la playa. Ich habe diesen Koffer für 50 Euro gekauft. 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 Wir fahren für eine Woche nach Barcelona. Wir fahren für eine Woche nach Barcelona. Nos vamos a Barcelona por una semana. Nos vamos a Barcelona por una semana. Dieses Buch ist für dich. 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 Este libro ist für dich. Este libro ist für dich. Ich brauche das Geld, um ein Auto zu kaufen. Ich brauche das Geld, um ein Auto zu kaufen. Ich brauche das Geld, um ein Auto zu kaufen. Es ist ein Haus ohne Garten. Es ist ein Haus ohne Garten. Es ist ein Haus ohne Garten. Ich kann nicht mit euch gehen. Ich kann nicht mit euch gehen. No puedo ir con vosotros. No puedo ir con vosotros. Bei diesem Wetter kann man nicht hinausgehen. Bei diesem Wetter kann man nicht hinausgehen. Bei diesem Wetter kann man nicht rausgehen. Bei diesem Wetter kann man nicht rausgehen. Bei diesem Wetter kann man nicht rausgehen. So, das Reich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.